Ja! Nein! Hallo! Herzlich willkommen in einer weiteren Folge Modern Warfare 2 Mutti! Du! Jetzt! Jetzt habe ich aber genug! Du! Und wir spielen hier gerade mit ein paar Harry Kane, Fire Sword, äh mit Nicky, mit Zombie-Hund und mit Max, äh naja, ich werde mich jetzt wieder muten und dann ist alles gut. Sound-Phone activated. Max, du hast nen Scheiß! Oh mein Mann! Ich habe gewonnen! Du, der Campt noch. Warte, die rumschwebend Camperlappen. Wartiert nicht mal! Ja, vorher Camper. Scheiß auf dir in mir! Ja, aber das ist scheiß Goldfisch! Am Goldfisch? Am Goldfisch? Was ist scheiß Goldfisch? Was lagerst du! Warum lecke ich gerade so krass? Ja, stimmt. Wer hat seine Internetleitung gerade gepumpt? Arschloh. Komm, das schaffst du! Ohne Scheiß, du musst dir das so vorstellen, bei mir geht einfach... Toot! Ich kann noch. Aber eben, die zielen ja nicht mal, die Bobbys, und treffen noch. Oh, wunderschön, wapwap! Alter! Ne, gleich kommen wir nächsten... Alle zwei Runden Seitenwechsel. Hey, gleich kommen meine Eltern. Ne, die sind nicht da. Alle zwei Runden Seitenwechsel, also das ist gut. Nicht zielen! Ich guck mal den Ausraster zu. Da liegt kein Bunko da, ey. Ich bitte mich verarschen, Hülken. Willst du mich verarschen? Ich steh auf wieder, ich Idiot. Ich beschwerte mir, Max, das ist ja... Walter! Ich hör mal, Max, das ist voll gut. Ja, was habt ihr denn? Echt mal? Der ist halt nur bei euch schlecht, oder? Ach, sei leise! Max ist allgemein immer schlecht. Ja, weil ich gerade ist ja nicht so schlecht. Lass doch nicht vor mir, meine Fresse! Nicht, geh, du bist letzter! Ja, ich weiß, ich mach grad den Max. Ich mach grad den Max. Meinetwegen noch gefressen. Ich hab' den Max. Da steht eines von mir. Auah! Im Ivento! Im Ivento! Ja, magst du Schasse, Räut, ne? Ey, ich geb' ihm noch nen Headshot, aber er stirbt nicht. Ich hab' den Max. Ich hab' den Max. Aufmesser dran. Okay, schlecht. 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 Böse. Oh, ganz schlecht. Ganz schlecht. Friskarte. Greate. Nein. Nein. Boah guck mal! Das war wieder ein Skill von mir. Oh, ich kann ihn auch. Ne. Ich hab keine Tübe drin, netz du. Ich geh' den Messer graben. Haut rein. Tschüü! Boahle s necklace geht auch nich. Komm' nicht' vergraben. vergraben ist böse vergraben ist immer gut vergraben hilft nicht gegen andere sorry max musste sein war feier ist auch richtig hat er geklaut auch helfen wir es platzieren lassen können komm man ich hab's erst gemessert ja du hast erst gemessert hat man ja gesehen ich hab erst immer scheiß ich wieder die bombe und dacht du hackst lecker er hat die kasse geklaut lecker ok mal heute sind alle fertig oh das leck ist wieder ich hab jetzt die tube reingepackt ich auch jetzt oh boah hans also jetzt schall dich um ja scheiße jetzt schall dich um auf den zweiten gang boah ich schalte auf den hundertsten vielleicht klappt ja dann mal was du hast gesehen wo er langgegangen ist oder? ja 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 ich te Black ja kraft aufwand 2.0 ja 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 Stabelstapler und einen. Stabelstapler, Gabelstapler. Boah, was soll ich denn? Hör doch mal auf dem Predator. Das kann ich sein, Michi, Michi, das kann ich sein. Mach's denn. Da kann man ruhig mal klatschen. Ey, ich soll mir und ich glaub, ich soll dir. Bei dir auch. Boah, haben wir noch Skill? Ja, ich bin ja auch mit den Verlierern im Team, also. Geht mir genauso. Warte, das muss ich jetzt einfach mal schreiben. Erstmal große Fresse riskieren. Jemand hier störe. Du, was soll das heißen? Ja, ich hab nur meine Großschrebetaste drinne. Du Fragezeichen? Ja. Du Fragezeichen. Ach, ich. Das ist das zum Kotzen. Das ist doch voll zum Kotzen. Wow. Alter, der hätte ihn beide gemessert, ey. Das ist der tödige Ende. Ja, ist klar, Zombiehund. Ich hab dich da vorgemessert. Aber du Hund, du machst das. Hol' ihn dein fettes Fleisch. Ich mach das natürlich, weil ich Gott bin. Gott! Max, lauf einfach geradeaus, lauf mal geradeaus. Ja, das ist ein Glitch. Geradeaus, jetzt geradeaus durch, da hast ein Glitch. Da bist du in der Wand drin, dann lauf weiter. Ne, in der Wand, in der Wand, links, links. Na guck, jetzt bist du jetzt so unsichtbar. Boah. Boah. Er ist im Tunnel. Wie er ist. Elevant, geh in der Wand, du bist denn unsichtbar. Da, jetzt, rechts, hinter dir, hinter dir, Max. Da, jetzt rein, da. Da bist du unsichtbar. Ja, du bist so unsichtbar jetzt hier nicht. Jetzt, jetzt, wir müssen dir mal raten, wo du bist. Du darfst nicht schießen, dann fährst du deine Position. Oh, lol. Ich hab gedacht, er war jetzt im Tunnel. Oh, mein Gott. Wo ist er denn? Der war, der war oben da, in diesem Haus drin, wo dieses Loch ist. Warte, bleib, da bist du unsichtbar, Max. Nein, das ist nicht mehr. Alter. Lass dich bewegen, Max. Lass dich nicht bewegen, Max. Lass dich nicht locken, lass dich nicht locken. Lass dich locken. Lass dich locken. Schieß. Dies noch mal. Hoch, Mama. Oh, Alter. Das muss man einfach. Das muss man. Okay, ich mache den Runner. Oh, okay. Ich mache den Runner. Runner gegen Schneider. Scheiße. Ja, wir machen mal schön Team Deathmatch. Gegeneinander. Also Deathmatch und, ja. Hier machen wir so eine Kacke. Einer ist nach oben gerannt nach A. Du Hunder Hurensohn. Was? Der war A oben. Hast du mich grad beleidigt? Auf der Terrasse ist dann wieder nach A gerannt. Ich werde hier gleich. Verarschen, Herr Hurensohn. Ich bin elender Hurensohn. Willst du mich verarschen? Ja, ist klar. Sag mal, willst du mich verarschen? Eigentlich macht die Waffe ja fast zu Schotten, ne? Was macht der? Nee. Seit wann macht eine M9 One-Shot? Oder fast One-Shot? Bist du behindert? Ich hab ihn voll aufm Kopf. Ja, zu viel. Der hat. Oh mein, der hat aufm Kopf. Du bist doch richtig vollzeitbehindert. Lern schießen. Oh mein. Ich bin nicht zurückgeblieben. Ich bin nicht unter mir. Also halt deine Fresse. Ja. Leute, wir haben keinen ausgeschehen. Wirst du mich verarschen? Ja. Ha. 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 Na, was machst du? Töte den, töte den. Was? Danke, Max. Max ist voll verwirrt. Na, danke für die Punkte. Runder hat ja schon mal gesagt. 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 was nicht drin haben warum auch die anstieg ist gar nicht ich hab ihn essen Böse Böse da der ehm auch meine Tiefel ha Mache ich in Junge einer Saar oben nicht mit einer inkompetent was hast du gesagt jetzt oben nach oben ich bin voll scheiße ist egal was du hast 5 kills besser wie das letzte mal ah nee jetzt ist max der schlechteste ok max du schlechter mensch geh nirg mal he er war auch die schlechtesten rumhacken ok ich musste jetzt ändern das spiel kommt mal die type raus wenns sein muss oder 1 mal einer war gabelstabern einer sind so gut richtung uns von gelaufen ja der eine ist gerade egal ich hatte schon mal schnell tot hinter dir ist eine tolle Eingabe jetzt geht er bestimmt durch den Dings hinter dir Loll alter ich bin kurz weg warte mal das ist mein Tars wird schon wieder da jetzt wo ist der denn jetzt hin ich bin einmal kurz weg X aktivieren oh what the fuck was hat der denn da ist lustig wenn also wenn ohne Spaß beim kommt mal am Arsch lecken bin wir da 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 EY ich dachte so was nehmen wir nicht ich konnte sonst keinen sehen die hatten eiskalt beiden ok einer hat keiner hat Tage die hatten woher kam jetzt komm und du machst turn on! Messen! Messen! Verhoffentlich sieht man das jetzt nicht bitte nicht! Oh mein Gott! Kann derjenige kurz reden der außer der auf Dauersenden hat? Was klappt? Nein das ist bei Ned, der hat nicht Dauersenden. Das ist ein Ventilator. Tief in die Ladungen! Und lauter und lauter! Scheißpille! Verbündete Presenter Drohne im Anflug! Hör auf! Hör auf! Magst du mich überhindern, ne? Ja, ich war noch geblendet! Diese Lache, die finde ich voll geil! Lachen macht dich geil! Ja, ich hab' das Gefühl, das ist gekriegt, ich hab' doch angehittet! Guck mal, da das was gilt! Komm an, der bringt echt nicht so viel! Ja, ich hab' noch getroffen! Ja, die Hitbox bei MW2 ist saugroß! Hey, ein Punkt noch! Oh, wer war das? Oh, Hurricane! Oh, was weiß er nicht! Boah, Mann! Niki, ey, du mutterter Scheiße! Und nach Magi und nach Wichse! Und nach Magi-Code! Ey, ohne Witz mal! Miki, du hast das erfasst! Was? Oh, ja, ich weiß! Was ist Magi-Code? Eine war A oben! Was ist Magi-Code? Hinter dir, Harry! Magi-Code ist richtig geil! Das... Das... Keine Ahnung! Komm, das war noch A oben! Justin, du machst das jetzt! Ich glaube an dich! Boah, Scheiße! Wenn ich jetzt verliere, dann ist es ja immer vorbei! Wie immer! Also, ich find's... Ich find's im Ernst! Ich bin voll cool! Ach komm, ich verliere jetzt extra! Warum? Jetzt umring's fast! Zu großer Druck! Nein, du machst jetzt nicht den Berg, Mann! Boah! Du bist ne Ruhensohn, ey! Hehehehehehe! Ruhensohn! Ne, geh! Was, geh ab! Ich bin letzter! Hahaha! Ich glaube, ich bin doch sogar noch schlechter als Max, ey! Haha! Max, du bist gut! Muss das nicht... Ist das nicht bitter? Das ist richtig bitter gerade! Ich hab's dir noch mal Oh ne Ich muss noch ein Set machen Hey mein Daddy ruft grad an Mikrofon muted Tschüss und bis zum nächsten Mal